Give it to me, aha, aha. Achso, ja zu dem Hof da rechts kannst du machen. Ich versuch, guck mal ob hier ne Waffe drin ist. Fest am Power kann es landen. Ja, aber vielleicht ist hier was drin. Hallo? Ich hab... woanders werde ich denn hinkommen. Bei einem Hof landet jemand wo du hingehst, ne? Du spielst grad Häuser, Bingo, mit dem. Wer zuerst ne Waffe hat, der schießt den anderen. Gut, ich hab ne Dreierweste und Zusätze. Ich kann jemanden abwerfen. Wenn das gehen würde. Die haben hab ich ja die ganze Zeit geklaut, logisch. Äh... Hier, wir tauschen mal wenigstens, dass du überhaupt ne Suche hast. Für die AK zum Beispiel. Jetzt lass mal nach Nordwesten gehen, da war ein Moped. Er hatte gerade Handtreffer und lag da noch rum. Gegner, 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 Gegner. Auf Norden. Ich bräuchte Hilfe. Einer down. Einer am Haus, im Norden. Kommt raus. Kannst du mir keine Deckung geben? Nein! Rechts am Haus. Hinter dem Kanister da war er. Behalt mal ein Auge auf ihn. Ob du ihn irgendwie bewegen siehst. Wow! Oh! Ja, ja, ist tot. Oh, falsch, 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 falsch. Meins. Hier ist noch ne UMP, wenn du die haben willst. Ich bin unterwegs. Oh, die haben Helm. Sehr schön. Du bist am Anfang gar nicht wo du mähnst. Am Brunnen oder was? Nee, an dem Haus hier war er. Rechts am Haus. Hab ich doch so gesagt. Hier. Hier an der Stelle, wo ich jetzt bin. Hier war er. Naja, und da hab ich hingeschossen. Nee, du hast an die Tür geschossen. Da ist Sperrfeuer, der guckt weg. Der guckt da nicht weg, wenn der nicht immer auf ihn geht. Hier sind noch Heilung und Uzi und sowas drin. Du musst schon auf ihn schießen, sonst guckt er nicht weg. Außerdem wollte ich vor allen Dingen nie, du solltest nie auf ihn schießen. Einfach nur damit er in Deckung bleibt. Du solltest auf ihn schießen, als er rauskam. Kannst du rechts daneben setzen, dann kannst du sogar schießen. Oder die UMP in die Hand nehmen, dann kannst du auch schießen. Du musst, glaub ich, die UMP in die Hand nehmen, dann kannst du schießen. Genau. Guten Abend. Typisch Felix. Was ist typisch Felix? Erstmal im Ruhladen. Nicht auf dem Beifahrersatz, ich hab noch nie nachgeladen. Und, ist nicht schlimm. Wenn die nur steigen hier um. Wir müssen am Putschinki vorbei. Süden oder Norden, was ist denn lieber? Erstmal fast hinfahren, weil hier die Straße durch so ein Kügel durchkommt. Oh oh. Oh oh. Ich weiß nicht, ob er auf uns geschossen wird, ich glaub nicht. Oder? Ah, vielleicht doch. Nicht schießen. Ich muss dort schießen. Sie sitzen halt echt noch in Putschinki, müssen da eh raus jetzt. Die müssen durch die ganze Stadt noch. Verrückte Dudes. Die Stadt wird nicht alleine, wenn sie nicht alleine haben mit Sicherheit. Oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit besser gesagt. Wir machen dich jetzt nicht mehr. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das mit Auto? Ich habe noch einen Auto. Oh. Ich höre okay. Das ist ein Trecker. Das ist ein Tadra. Das ist ein Dacia, das wir gerade fahren. Nein, ein Tadra. Das ist ein Dacia. vor uns. Keine Ahnung was du meinst. Tatra, die hohe Tatra und die Bürger in Tschechien. Und jetzt. Mal ständig was altes zu. Wir gucken mal ob wir hier was looten können. Nicht rausgehen und hinhocken. Rausgehen und weglaufen. Hier ist ein Rucksack für dich. Hab ich doch schon. Hast du? Ja. Okay. Hier ist eine Pfanne für dich. Es war ungefähr 1999 cool. Ach. Alles klar. Dafür bist du jetzt eingesperrt. Böh. Ja. Was? Nein. Ich hab alle Türen zugemacht. Wo hast du den Rucksack gefunden gehabt jetzt? Hier unten in dem Haus, dem du schon warst. Dann bin ich offensichtlich. Hier hinten sind zwei Einzelrucksäcke. Willst du mich veralbern? Du hast schon einen Rucksack. Ja das war die Beste. Hast du jetzt eine UMP oder? Lass mich mal kurz rein. Komm. Ich hab hier nämlich was für dich. Komm. Hier. Komm. Mach rein. Geil. Dann. Zumindest so ab 50 Meter wissen die nicht mehr wo du genau bist wenn du auf die schießt. Vielen Dank dass du die Türe direkt nach mir wieder zumachst. Vor dir meinst du? Nicht nach dir. Vor dir. Nach dir. Das hast du nicht gesagt nach mir? Nein. Nenn das wie du willst. Ach ja. Wir fahren schon mal ein Stück los. Wir haben sogar ein bisschen Schaden am Auto. Verdammt. Mach Quatsch. Dacia hält eh sich. Oh. Zone. Warum tust du uns das an? Warum tust du uns das an? Kannst du mich nach rechts fahren? Kannst du mich nach rechts fahren? Ich bin noch dabei. Nein. Mit Sicherheit halten sich im Gebirge ein paar Leute auf. Mit Sicherheit halten sich im Gebirge ein paar Leute auf. Aber hier vor allem in der Stadt halten sich ein paar Leute auf. Mit Sicherheit. So wie ich die Verrückten kenne. Ah. Das war einfach aus dem Gebirge raus. Ne. Wir müssen auf die andere Seite. Hier hat gerade ein UAZ gehalten oder ne. Angefahren glaube ich. Ach, ist angefahren. Schießen jetzt auf uns. Außenfahren nach Auto brauchst du eigentlich nur schießen wenn jemand direkt daneben ist sonst triffst du fast nie. Hier sind nämlich noch mehr Dacia. Als Hilfe. Oh. Dann schießt wieder jemand auf uns. Schluss. Zum Glück zu schlechtem Treffen. Vater nach oben. Vater nach oben. Vater nach oben. Aber hier haben wir keine Deckung. Hier haben wir nur von einer Seite Deckung. Die andere Seite sind immer offen. Das ist doch kacke. Dann kommt es im Haus liegen. Nicht zum Haus, aber der Hügel dahinter ist vielleicht bisschen besser. Ja. Das kann sich weiter davor abstellen. Ich stelle die einfach hier irgendwo so ab. Ja. Perfekt. Nee. Nach dem Zehmer-Suche hatte ich gar nicht auf dem Teil. Ich hab das hier positivisiert. Kommst du mit? Okay, kommst du mit. Sehr gut. Ein Problem haben wir gerade. Wir bewegen uns hier in eine Position, die eigentlich für Scharfschützen gut ist. Wir haben nur kein Scharfschützen-Visier. Wobei hier vorne an dem Hügel ist eigentlich ganz cool. Hat mir viel Deckung. In fast alle Richtungen. Hier so. Oh, und ich höre einen Schalter für Scharfschütze. Echt? Von uns? Ja, Nordwesten. Der muss theoretisch zu uns gelaufen kommen. Du musst immer mit der Third-Person-Kamera drüber gucken, ne? Nicht, dass du jetzt sichtbar bist. Vor allem beweg dich ein bisschen, damit kein einfacher Headshot möglich ist. Einen zickst. Einzige kann man nicht steigern. Sachsen-Dofen-Das. Sachsen-Dofen-Das. Hier, Robben, zwei durchs Feld vor mir. Oh, weiter tot. Verrückte Mongose. Robben hier durchs Feld. Danke für die ganze Heilung, ey. Noch ein Extended-Mag, noch ein Extended-Mag. Weg damit. Hier ist noch ein Zweier-Rucksack. Oh, Zweier-Helm. Den brauche ich. Eine M4-16, wenn du die haben willst. Eine Pan. Und der andere. Hier ist noch... Oh, da habe ich ein Dreier-Helm geschossen. Oh, oh. Hat der eine Sniper-Rifle? Der hat eine Sniper-Rifle. Mit dem Links von uns knallt noch was, ne? Bist du noch am Looten dort? Ja, ich brauch aber noch lange. Zone kommt gleich, wir müssen in die Zone rein. Sind noch nicht drin. Ah, der Airdrop ist im Osten runtergekommen. Und hier, wo wir drauf zulaufen, waren gerade Gegner. Haben hier gerade geschossen. Wo läuft denn hin? Ich wollte hier über den Hügel gucken, weil der Hügel gleich relativ wenig offene Rückenstellen bietet. Ja, doch nicht so wenig wie ich dachte. Du solltest den Baum suchen und dich dahinter stellen. Weil es hört Pirsen, du kannst um den Baum drum rum gucken. Das geht auch? Stein? Ja, Stein geht auch. Aber einfach nur, dass du ein hartes Hindernis hast, wo du drum rum gucken kannst. Weil das behindert dich ja kaum, wenn es ein schmales oder flaches ist. Für uns ist die Stelle hier relativ scheiße. Warum? Also nach Osten habe ich gerade die perfekte Sicht und da kommt gleich die Zone. Dann müssen entweder Leute herkommen oder wir haben dann einen sauberen Rücken. Oh ja, stimmt. Deswegen wollte ich hier kurz abwarten. Ah, hier unter mir, unter mir. Am Stein. Ausgenockt. Haben einen getötet, der ausgenockt war. Der eine ist noch am Stein da unten. Würde ich mal gucken? Nee, pushen ist schlecht. Ah, fuck. Ich sag ja, pushen ist schlecht. Ich hab nie vorgerückt, der kommt auch gerade hoch. Ja, jetzt ist er tot. Kannst du rüberkriechen zu mir, bitte? Oh ja, sorry. Reicht. Du hast keinen Helm mehr, du musst mal gucken. Aber ich glaube, ich habe den auch die Helme zu schossen. Hast du Heilung? Ja. Also First Aid Kit und sowas. First Aid Kit müsste ich nicht haben. Hier. Nimm. Und nimm mal noch den Rest davon. Ich habe ein bisschen was aufgesammelt zwischendurch. Ich geh kurz gucken, ob ich von denen noch was looten kann. Was ist mit dem Viererskauf? Was haben wir? Die sind noch ein Dreierrucksack. Okay. Und hier sind auch noch First Aid Kit, die du gerne haben willst, aber... Wir müssen gleich laufen in die Zone rein. Mhm. Und zwar flott. Oh, ich muss den Berg noch hoch. Wir laufen in die falsche Richtung. An dem Watchtower laufen welche. Zu uns hin. Rechts liegt einer am Gras. Ach Gott. Ne, noch nicht. Von Süden kommen noch welche. Ah, fuck. Von hinten wieder gestreckt wurden. Von hinten. Von links. Oder ich vom Watchtower gerade geholt. Nö, das ist dort. Ist ein Schallgedämpfters irgendwas. Mhm. Das ist ein Schallgedämpfter AWM? Alter seid ihr. Ihr seid doch irre. Ah. Und ich muss auch da hin. Ne, der ist dort. Der ist nicht da. Boah, jetzt ist alles offen. Oh, da ist er. Nein, dann gesehen, ey. Null? Ne, das war er nicht. Das war er. Das war der andere, der ausgeblutet ist. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Ach, nö. Das ist fies. Das ist der letzte. Oh, der hat die bessere Position. Und die Zone kommt schnell. Oh, fuck. Jetzt komme ich in die Zone rein. Sehr schön, danke. Ach, er hat echt die beste Pose. Oh, komm. Da ist drei Milliarden Jahre dauert. Ja, was. Oh. 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 Ah, der hat einfach die Überpositionsglück gehabt. Zune geht da genau auf seinen blöden Baum zu, ey. Was soll man da machen? Ah, fuck. Ja, hat Glück für ihn. Ja. Sehr gut, das Glück.